Das ist die Eigerung. Das ist die Eigerung. Das ist die Eigerung. Seht ihr die Fenster? Wir haben gesehen die Fenster auf der Eigerung. Ich sehe die Fenster. Ich sehe die Fenster. Das ist die Fenster. Das ist die Fenster. Seht man nichts davon, die sich in den Ausblick haben. Der Ausstieghaus. Es kann Fenster einfach so verläusen. Sehst du Fenster? Weisst du, links sind die Fenster von euch. Mit einer Leiter und auf den Felsen. Und rechts im Fenster, gerade beim Schneefeld. Jetzt geht das Fenster unten. Ganz links. Von dem Schneefeld. Hier, viel weiter unten. Hier sind die sechs Fenster. Sehst du die Fenster? Wohl, die Fenster.